Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mentale Stärke im Schachsport. Nachdem wir in der einführenden Sendung das Feld des mentalen Trainings im Schachsport ein wenig umrissen haben, wollen wir uns heute einer der wichtigsten Fähigkeiten widmen, um erfolgreich zu sein, dem sogenannten Grit. Übersetzen können wir diesen mit Hartnäckigkeit oder auch Durchhaltevermögen. Jeder, der etwas erreichen will, egal ob im Sport oder im Leben, braucht die nötige Geduld und Ausdauer. Denn auch wenn dir am Anfang alles leicht von der Hand gehst, du talentiert bist und alles scheinbar sehr einfach aussieht, irgendwann kommt immer der Punkt, an dem du anstehst. Und dann heißt es zu kämpfen und durchzuhalten, um weiterzukommen. Dazu benötigen wir eine entsprechende Ausdauer und eine Trainingshärte. Lass mich ein Zitat von Dominik Thiem, Österreichs besten Tennis-Spieler wiedergeben, wie er sein Training als Kind beschrieb. Stundenlang haben wir jeden Schlag wiederholt. Immer wieder, immer wieder und immer wieder mit voller Post. Am Ende des Trainings war ich dann so erschöpft, dass ich noch im Auto am Nachhauseweg einschlief. Aber ich war glücklich. Und genau so muss Training gestaltet sein. Nämlich so, dass wir 100% geben. Das schaffen wir aber nur, wenn wir für unseren Sport brennen. Der Wunsch nach Verbesserung muss tief aus unserem Inneren kommen. Er muss intrinsisch sein. Und es reicht nicht aus, einmal oder zweimal so zu trainieren. Wir müssen das über einen langen Zeitraum durchhalten. Denn Training, auch und speziell im Schachsport, ist ein langfristiger Prozess. Nichts in keinem Sport geht von heute auf morgen. Da fällt mir eine Geschichte ein, als ich mit dem Wiener Jugendkader zum Trainieren begann. Das war 2008. Und das wurde im Endeffekt eine Erfolgsgeschichte, denn die Wiener Jugend entwickelte sich von Österreichs damaligen Schlusslicht klar zu Nummer 1. Und heute besteht die Hälfte des österreichischen Nationalkaders aus Spielern, die sich aus diesem Training entwickelt haben, wie Felix Bloberger, der Großmeister ist, oder Valentin Tragneff, der Großmeister wurde. Doch das geschah keinesfalls von heute auf morgen. Und statt acht erfolgreichen Jahren wäre es bereits nach wenigen Monaten mit dieser Arbeit vorbei gewesen. Denn der neue und motivierte Präsident Christian Hursky forderte, dass wir bereits nach einem Jahr zwei Goldmedaillen und drei weitere Medaillen bei den Jugendmeisterschaften holen sollten. In den Jahren unmittelbar vor meiner Trainermeisterschaft in Wien hat Wien keinerlei Medaillen geholt. Und ich meinte damals nur zum Christian, dass er dann nicht mich, sondern einen Zauberer brauchte. Und Christian entwickelte genug Vertrauen in meine Fähigkeiten und gab mir genügend Zeit. Und so holten wir zwar im ersten Jahr und auch im zweiten Jahr keine Medaille bei den Jugendmeisterschaften, aber bereits nach vier Jahren waren wir das zweitbeste Bundesland und ein bis zwei Jahre später klar das dominierende Bundesland. Training braucht also seine Zeit und es geht darum, Stück für Stück besser zu werden. Und um diese lange Zeit auch entsprechend durchzuhalten und sinnvoll zu gestalten, möchte ich dir einige Tipps geben, die diesen langen Weg zur Spitze begleiten. Mein erster Tipp, arbeite prozessorientiert. Weltklasse-Golfer Tiger Woods gibt uns ein folgendes schönes Beispiel, wenn er sagt, ich messe den Erfolg nicht an meinen Siegen, sondern daran, ob ich jedes Jahr besser werde. Denn es macht wenig Sinn, nach ersten Plätzen zu streben. Diese kommen von alleine, wenn wir unsere Arbeit nicht nur gut, sondern hervorragend verrichten. Und diesen Prozess, diesen Trainingsprozess, den können wir steuern. Also legen wir unseren Fokus darauf, den Sieger können wir nicht erzwingen. Da spielen so viele Umstände eine Rolle. Aber unser Training, das können wir hervorragend gestalten. Und natürlich ist das mühsam. Und die Mühen hören auch nicht auf, wenn wir einmal an der Spitze sind und wenn wir uns dort halten wollen. Das gibt uns auch die schöne Metapher aus dem Zehn-Buddhismus mit. Sie sagt, vor Erlangen der Meisterschaft musst du Holz hacken und Wasser tragen. Mein zweiter Tipp. Setze dir kleine Zwischenziele, die du gut erreichen kannst und belohne dich dafür ruhig ein bisschen. Der dritte Tipp. Bei all den Anstrengungen vergiss nicht, auch gezielt Pausen zu setzen. Anstrengung und Erholung gehen Hand in Hand. Und wenn du dich voll im Training verausgabst, hast du dir auch wertvolle Pausen verdient. Und diese genieße dann bitte auch in vollen Zügen. Tipp Nummer 4. Führe ein Trainings- oder auch ein Erfolgstagebuch. In der täglichen Arbeit übersieht man oft, wie viel man schon geleistet hat. Es ist also sinnvoll, ab und an innezuhalten und zurückzublicken. Doch das gelingt nur dann, wenn ich mein Training und meine Leistung auch entsprechend dokumentiere. Tipp Nummer 5. Stell dich darauf ein, dass Hindernisse immer wieder einmal auftauchen werden. Auch wenn im Moment scheinbar alles leicht von der Hand geht. Und das ist speziell im Schachsport wichtig zu verstehen. Denn beim körperlichen Ausdauertraining werden wir einen linearen Leistungsanstieg haben. Vorausgesetzt, wir trainieren richtig. Aber nicht so im Schachsport. Im Schachsport steigern wir uns zunächst rasant, wenn wir über entsprechendes Talent und über entsprechende Liebe zum Spiel verfügen. Aber dann, früher oder später, kommt ein Plateau mit einer mühsamen und vielleicht auch mit einer lang andauernden Ebene. Und hier wirst du den Eindruck haben, dass nichts weitergeht, so sehr du dich auch anstrengst und so sehr du auch richtig und hart trainierst. Doch bedenke, dass im Schachsport nicht der Bizeps oder der Trizeps der ausschlaggebende Faktor ist, sondern eben das Gehirn. Und das Gehirn unterscheidet sich von den Muskeln. Wir müssen unser Wissen und unser Können im Schach auffüllen, bis eine kritische Masse erreicht wird. Und diese Masse muss sich auch entsprechend zusammensetzen. Und das benötigt seine Zeit. Und bist du hartnäckig genug, dann wird dieser Punkt auch bei dir kommen. Und dann kommt die nächste Leistungsexplosion ganz sicher. Und du wirst dich deutlich steigern und diese Steigerung wird so lange gehen, bis das nächste Plateau kommt. Und dann beginnt wieder das Holzhacken und das Wassertragen. Es geht von vorne los. Also gewöhne dich daran und lerne gerade diesen Prozess des Durchhaltens zu lieben. Dabei hilft es auch, und das ist mein Tipp Nummer 6, wenn du deine Stärken betonst. Das Selbstvertrauen wird mit dem Überwinden dieser Plateaus, mit dem Überwinden dieser Ebenen wachsen und zwar zu Recht, denn es wird aufbauen auf deine gute und auf deine ausdauernde Arbeit und nicht auf eine dumme Selbstüberschätzung. Arbeite dabei einerseits an der Beseitigung deiner Schwächen, aber genauso an der Betonung deiner Stärken. Training muss und soll auch Spaß machen und wenn wir unsere Stärken bewusst sind und diese bewusst werden, dann fällt uns das auch deutlich leichter. Und noch leichter fällt es uns, und das ist mein Tipp Nummer 7, wenn wir über entsprechenden Humor verfügen und über unsere Fehler auch selbst lachen können. Denn ohne Humor sind die schweren Abschnitte des Lebens kaum zu ertragen. Humor macht die Reise durchs Leben und vor allem durch diese mühsamen Ebenen nicht nur leichter, sondern sie erweitert auch deinen Horizont. Und zum Abschluss möchte ich dir noch folgendes Zitat von Henry Ford mit auf den Weg geben. Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall Recht behalten. Möchtest du nun einige Techniken in der Praxis erlernen, die dir bei diesem langen Weg und beim Durchhalten helfen? Dann hast du bei unserem Wochenendseminar vom 24. bis 26. Juni in Salzburg die perfekte Gelegenheit dazu. Den Link zu diesem Seminar stelle ich dir in den Anhang. Und natürlich kannst du mich auch gerne direkt kontaktieren und eine Schnuppereinheit buchen. Egal ob online, via Zoom oder direkt bei mir. Dafür stelle ich dir auch meine Kontaktadresse in den Link. In diesem Sinne, bis demnächst und bleib optimistisch.